Grüß Gottlein meine lieben Untertanen, ich freue mich heute hier zu sein in Freising, dem schönsten Teil von Unterfranken. Grüß Gottlein, mein lieber Frankenbeutel! Och Edmund, was machst du hier? Ich soll hier für die 222. Gartentage in Freising eine Rede halten, als eine Laudatio-Dings, aber natürlich als Laudator halten eine Rede für die Garten-Dings. Moment einmal, wie heißt das? Das für die 222. Gartentage mit dem Thema Mythos-Stäuber. Dieser Bayern soll heute vorab eine Blume-Dings mit Strauß eingediehen werden. Für einen Strauß mit dir, ohne mich, das kann es doch nicht sein. Das ist nicht das Thema. Die Frage ist doch, steht der Freisinger für Bayern und seine Bayern in Bayern und im Bayer-Herr-Ruck, einzig der Bayer und auch seine Dings-Frau noch in Europa, oder ist das uferlos? Moment einmal, Moment einmal. Hey, Kollege, ich bin der Präsident von Türki. Türki? Türki? How can somebody be president of a bird? Hey! Moment! Da brauchst du dich lachen, Deutschland! Hey, Kollege! Ich, du, Putin, wir sind die Größte! No, 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 you are an idiot. And I kick your ass. Ich spinne, dass ich kein Juwelren. Da brauchst du nicht lachen. Ähm, üferlöst. Machst du dieses Jahr Urlaub in Türki? Das ist überhaupt ein Gefängnis. No, 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 no. Kannst du nicht lachen? Anything? Anything? Please? 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 Get me out of this fucking place. Now, yeah, now. Trumpi! 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 Trumpi, bitte. Ich muss schnell Pipi machen. Hier im Zentrum, irgendwo gucken. Und dann, ich komm gleich wieder. Trumpi, ich geh schnell Pipi... Ich geh... Ja, türkischer Präsident muss auch Pipi machen lassen. Das ist... Eire, Eire an Pipi.